Es ist allen bekannt, dass Recep Tayyip Erdogan aufgrund der bevorstehenden Wahlen ernsthafte Vorbereitungen trifft und für eine Überraschung sorgen wird, die ihm den Wahlsieg sichern wird. Präsident Recep Tayyip Erdogan, der seine Macht festigte, indem er bei den letzten Wahlen 52 Prozent der Wähler mit dem Versprechen von kostenlosem Kuchen und Tee gewann, scheint bei diesen Wahlen selbstbewusster zu sein. Nach den Informationen, die wir von unseren Quellen im Palast erhalten haben, will Recep Tayyip Erdogan einige Wochen vor den Wahlen seine Frau Emine Ham und seinen unbeliebtesten Sohn Bilalbay auf den Mond schicken. Auch die Bemühungen, seine Frau und seinen Sohn zu überzeugen, die schrien, dass sie nicht zum Mond fliegen wollten, gingen weiter. S.T., einer der Hauptberater von Präsident Recep Tayyip Erdogan und Vater des Projekts, sagte uns, dass dieser Schritt von entscheidender Bedeutung ist, und fuhr fort, wenn die Mondreise erfolgreich ist, wird die Familie Erdogan zu Helden und unsere Stimmen werden explodieren. Wenn die Mondreise nicht gelingt, werden Emine Erdogan und Bilal Erdogan den Märtyrer-Tod erleiden und ihre Namen werden in goldenen Lettern in die Geschichte geschrieben, und natürlich wird unser Präsident Recep Tayyip Erdogan die ersten Wahlen als Opfer gewinnen. Eine gescheiterte Mondreise hätte noch mehr Vorteile. Zum Beispiel können wir jeden verhaften, den wir wollen, weil er die Rakete sabotiert und den Ofen gelöscht hat. Das Volk wird immer hinter uns stehen, der Chefberater endete und kicherte fröhlich. Als wir ihn fragten, wie viel Geld für die Mondreise bereitgestellt wurde, antwortete er, diese Angelegenheit ist ernst. Es ist nicht etwas, das getan wird, um zu täuschen, wie die türkische Weltraumbehörde. Wir haben Elon Musk und ähnliche Leute interviewt. Wenn wir für diesen Job 20 Milliarden Dollar im Wohr auszahlen, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass Emine und Bilal Erdogan irgendeine Art von Mondlandung machen, ob hart oder weich, 1500 Prozent. Dieses Geld ist auch leicht zu finden. Das hängt von den Zusammenkünften ab, die unser Präsident und unsere einzige Lebensquelle, Recep Tayyip Erdogan, hinter verschlossenen Türen mit den Finanziers abhalten werden. Als wir der Chefberater daran erinnerten, dass das Alter von Emine Erdogan gemäß den Vorschriften nicht geeignet ist, in den Weltraum zu gehen, sagte sie, dass dieses Problem mit einer Änderung der Vorschriften gelöst werden könne und dass sich niemand um die Vorschriften kümmern werde, solange Recep Tayyip Erdogan sie Anordnet, auch wenn sich die Verordnung nicht ändert Als wir die Chefberater nach den Einzelheiten der Reaktionen von Emine und Bilal Erdogan fragten, sagte er, zuerst machte Emine Erdogan Theater, und Bilal Beisass zusammengesunken in einem Sessel und gaffte an der gleichen Stelle. Aber mit der Intervention von Recep Tayyip Erdogan wurden sie viel gesünder, als wir den Chefberater Estotti fragten, wie sich der Präsident mit seiner Frau und seinem Sohn eingemischt habe, nahm er das Reden wieder auf. Er sagte, wenn sie die Wahl verlieren, werden sie in einer schlimmeren Situation sein, als als Familie zu sterben, aber wenn sie tun, was er will, wird die Familie gerettet und im schlimmsten Fall werden sie während einer großartigen Reise wie die Mondreise zum Märtyrer. Ich denke, dass die schreckliche Situation, die sie nach der verlorenen Wahl erleben könnten, nicht das Martyrium, sie überzeugt hat. Könnte Recep Tayyip Erdogan nicht andere schicken? Er könnte senden. Unser Das-Palast-Leben ist jedoch sehr unterschiedlich. Alle im Palast hassen einander. Eltern sind sogar mit ihren Kindern Feinde. In diesem Palast ist jeder der Feind des anderen, und jeder wartet auf eine Gelegenheit, alle anderen zu seinem eigenen Vorteil zu verschwenden und zu zerstören, dann seufze der Chefberater und verstummte.